Am Wort ist der Herr Abgeordnete Walter Rauch. Der erste Redner ist Walter Rauch von der FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsident, Herr Bundesminister Hohes Haus, der Antrag des Abgeordneten Hofer, unseres Präsidentschaftskandidates aus dem Jahr 2014, geht es um den Anbau und die Einfuhrverbot von Gentechnik-Mais in Österreich. Ich möchte nur noch kurz auf die vorige Tagesordnung eingehen, betreffend der Landwirtschaft. Es ist ein gutes Zeichen, dass es hier einen Milchdialog gibt in diesem Bereich. Herr Bundesminister, auch lobenswert in Ihre Richtung. Ich war ja das letzte Mal dabei bei diesem Walddialog, der sehr, sehr gut angenommen wurde und auch war wirklich mit in Abstimmung mit der Wirtschaft, Industrie, die gleichzeitig auch mit der Forstwirtschaft dementsprechend ein Einklang gefunden wird. Wenn wir es schaffen, insgesamt in der Landwirtschaft, in allen Bereichen, ob in der Fleischwirtschaft, ob in der Produktion von Milch, ob im Obst- und Gemüsebau, wo auch immer, hier einen Konsens zu finden, glaube ich, wäre es höchst an der Zeit, hier auf einen Konsens zu kommen, um im Sinne der Landwirtschaft, um im Sinne unserer Bauern dementsprechend auch hier einen Erfolg zu erzielen. Denn wenn man die Diskussion vorher verfolgt hat, hat man schon eines gesehen, nur in der Vergangenheit sich zu wälzen, ist insgesamt zu wenig und nützt keinen einzigen Landwirt. Wir kommen nun zu dem Antrag des Ingenieuren Norbert Hofer aus dem Jahr. Warum haben wir diesen Antrag eingebracht? Es war nämlich diesbezüglich auch wieder die Diskussion ins Leben zu rufen, dass Gentechnik insgesamt ein Thema ist, vor allem in Hinkunft auf DITIB. DITIB ist nämlich ein Instrument dieses Freihandelsabkommens und im Vorfeld vielleicht durch die Umgehung von CETA, dass es hier mit der Gentechnik dementsprechend Tür und Tor beim Anbau von Mais oder auch im Bereich von Lebensmitteln dementsprechend geöffnet wird. Es haben ja insgesamt im Jahr 2014 bereits 19 EU-Staaten Verzicht auf diese Zulassung sich gewährleistet, betreffend der Aussaat von gentechnisch veränderten Mais-Sorten und hier explizit die Sorte 1507. Wir haben es ja auch geschafft, im Umweltausschuss einen gemeinsamen Antrag über alle Fraktionen hierweg einzubringen, der auch dann danach abgestimmt wird. Und zwar, wo die Bundesregierung aufgefordert wird und ersucht wird, die Zulassung von GVO-Pflanzen durch die Europäische Kommission, alle gemäß Gentechnikgesetz und Gentechnikanbauverbotsrahmengesetz notwendige Maßnahmen zu treffen, um den Anbau in Österreich hintanzuhalten. Also das war ein erster Erfolg diesbezüglich und war natürlich auch im Hintergrund aufgebaut auf unseren Antrag unseres Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer. Er hat damals schon vor zwei Jahren gesehen, dass er in der Zukunft... Er hat damals schon in weiser Voraussicht gesehen, dass dieses Thema dementsprechend wichtig für Österreich ist. Und er ist auch der einzige wahrzunehmende Kandidat, der einzige wahrzunehmende Kandidat. Ja, ich verstehe schon die Aufregung seitens der Grünen. Das ist ja kein Problem. Ich weiß, dass Ihre Nerven zur Zeit ein bisschen blank liegen, aber das ist nicht das Thema. Entscheidend ist es für uns, dass unser Präsidentschaftskandidat schon in weiser Voraussicht vor zwei Jahren gesehen hat, dass es ein wichtiges Thema ist und nicht nur das, sondern auch dementsprechend... Absolut, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Okay, in diesem Sinne, ein Antrag, der noch eingebracht wurde vom Kollegen Birklober, den werden wir auch unterstützen, auch in weiser Voraussicht vielleicht für die nächsten Jahre, die Kennzeichnung tierischer Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Futtermittel ernährt wurden. Die Kennzeichnung... Absolut, sehr gut. In diesem Sinne, unser Kandidat für die Bundespräsidentschaft ist dementsprechend Norbert Hofer für Sie. Freut uns, dass wir eine breite Unterstützung hier im Haus haben. Danke. Walter Rauch von der FPÖ zeigt sich besorgt, dass das Freihandelsabkommen TTIP Tür und Tor für Gentechnik öffne. Der Anbau von Genmais in Österreich müsse aber hintangehalten werden, sagt er. Sie ermorden dieraft, meineairy Art, die in der Zeit, die Sie newspapers-e Relationsussianãy fahren eingehen. 后 ist jetzt sehr ausgegangen.